Willkommen auf den Mond, Chefwissenschaftler. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung. Aus Ihrem Vorgänger habe ich mir nie viel gemacht. Bitte gehen Sie durch das Röntgengerät. Du bist ein Sieger, da wird in den Mond. Ja, ich bin ein Sieger, da muss ich mich nicht bereit sein. Ich bin ein Sieger, das ist ein Sieger, da muss ich nicht bereit sein. Dann nehme ich mich nicht bereit sein. Dann nehme ich ein Sieger. Also, wenn ich ein Sieger. Das ist gut, ich zitiere. Dann habe ich nach der WC-FV-FV-E. Caroline, Anya, do you read? Herr Kovic, an impact Kovic. Seth, can you boost the signal? Herr Kovic, can you hear me? What's your status? Well, I'm on the motherfucking moon. The mouse on this one. I will clear that with soap. Now, Black Kovic, the goal here is to steal the nuclear decryption keys located in the command module. In order to reach the command module, you have to find a spacesuit and walk there on foot across the lunar surface. Affirmative. I believe in you, William. The spacesuits are kept by the airlock. Your best chance to reach them is first go through the crew quarters, then onwards, through the laboratories. Y'all have to say, we've been vaccinated! That's a realность. No, it's a real task. No, it's a real task. No, it's a real task. And the blade has to find them. No, it's not that real task. Ah! 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 Das war's für heute. 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 These are. The command module is where the new generation progressions澤son are being manufactured. From what we know, There should be a point of entry to the派 filled from that area. Sie finden die Nukle-Decryption-Keyse. Geh aus diesem Spacerock. Stop! Okay. Ich schreibe die Decryption-Keyse jetzt. Du hast es, Blaskovic. Now get your butt back to Earth, please, William. Klaus ist in London. Ich will bring you back to Berlin von Süleien. Sicherheitsbeschluss zu befreien. Sicherheitsbeschluss zu verweilen! Untertitelung des ZDF, 2020 Sicherheitsgeschützt zu gewünschen. Was ist das für mich? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Naja? Sicherheitsverstoßstufe Alpha. Du, Schägerin! Sicherheitsverstoßstufe Alpha. Melden Sie sich sofort bei Ihrem Befehls habenden Offizier. Um die Sicherheit der Annahme zu gewährleisten, wird die Atemluft in wenigen Augenblicken abgesaugt. Dies ist Ihre erste Wagen. Da geht's Step 4. Eine hoarse Richtung, auf der Seite ist es schon nicht schlecht. Das ist die Handluft abrente Hall. Das ist all das. Geh, da geht's mir. Oh, das war viel zu darem. Ich bin derjenige. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Spindlerhund erledigen! Wir kommen! Ich habe den Spindler! Ich habe den Spindler! Ich habe den Spindler! Sieh an, Sieh an! Ein Terrorist wird meine Lieferungen stoppen! Was er nicht versteht, meine Lieferungen kommen immer! Ich habe den Spindler nicht gerecht! Die Spindler nur die Fläche! Sieh zu bleiben, Sieh an! Sieh, Sieh an! 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 Zierort, London Nautica. 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 Roger, find your way down to the Viking Lodge and I will pick you home. Roger. I've seen a thousand battles. The London Nautica is opening fire! I think they are shooting at you! I've seen the sun set on five different continents. This dust rise off the surface of the moon. Battle, all of our water corrupts. They may bomb in the northbound. But all I want is to see you again. Daylight, cold air. Three! One!